Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde The Walking Dead Mission. Wir haben in der letzten Folge das erste Kapitel, die erste Episode abgeschlossen. Und ja, eine Zusammenfassung vom letzten Kapitel werde ich jetzt hier nicht machen, weil für gewöhnlich, ich gehe mal auf Spielen, für gewöhnlich wird das alles von The Walking Dead übernommen. Und wir starten jetzt mit Episode 2, Gewehre kein Obdach. Oder kein Obdach, Gewehre kein Obdach? Okay, gut, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und das Spiel erklärt, was passiert war. Denke ich mal. Kommt noch was? Hallo? Der Ladebüllchen des Todes. Ah, zuvor bei The Walking Dead, Michonne. Hallo? Hallo? Hallo, ist jemand da? Das ist Eton, Help. Was haben wir? Was haben wir? Halt? Hallo, ist jemand da? Halt? Ich kann nicht sehen, was ich sehe. Berto, steigern. Gregg! Gregg! Wer die hellen sind, diese Leute? Randall! Seht ihr, dass du unseren Thiefen hast. Nice jobb. Ihr wisst, jede Person, die wir leben finden, haben sie mit ihnen ein paar Menschen. Wer war das für dich? Mama? 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 Grumpelfer? Ihr fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, Gott. Oh, Gott. You fucking shot him! I didn't mean to. Do you think that matters? Und somit endete das Kapitel 1. Oder die Episode 1. Ich hoffe, das war kein Fehler, Sam davon abzuhalten, ihn zu erschießen. Wir dürfen gespannt sein. Bitte. 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 Wir haben nicht viele Freunde. Hilfe uns bei der Flucht, genau. Hilfe uns bei der Flucht, genau. Das ist nicht leicht. Aber ich mache das, was ich kann. Ist er noch nicht? Jonas! Ich dachte, du hast mehr Zeit. Ich... W-w-w-w-w-what do you mean? Oh, nein! Jonas, hör'n. Ich sagte, ich würde ihnen helfen. Dann müssen wir auch disappearn. Ja, okay. Na, da bin ich mal gespannt. Huh? Hallo? Ähm... Standbild? Okay. Alles gut. Ja, genau. Schlau sein. Wir waren jetzt weise. Als Schwarze. Entschuldigung. Kein Rassistenwitz. So. Okay, das wird jetzt nicht leicht, oder? Na gut. Kannst du mir eine Hand mit etwas geben? Hm, okay. Das geht ja leichter als gedacht. Aber wenn er noch da oben ist... Der ist nicht mehr da oben. Ich hab' nichts von ihnen raus. Zachary war sinnvoll. Oh, diese Leute einfach nicht zu sprechen. Ja. Das Problem ist, wir wissen noch nichts über ihnen. Ich hab' ihnen zu sprechen. Oh. die letzte Mal mit... ... ... ... ... ... ... Hallo? Oh. Alles gut? Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Hi. Ja, lass dir Zeit mich schon. Genau. Nimm noch alles mit. Alles gut. Okay. Okay. Uh oh. Du willst mir erzählen, wie das passiert? Zachary! Er war die Tür. Genau. Samantha hat dich an das? Wo ist sie? Äh... Sie ist geflohen? Äh... Nicht fallen lassen. Ich sagte, drop ihn, während du noch was hast. Haha. Sehr gut, Sam. Sehr gut. Oh oh. Ähm. No fight. Jawoll. So. Okay. Ausch. Aua. War das ein Fehler? Ah, okay. Ich mag ja Quicktime-Events. Die lieb' ich ja. Okay, komm schon. Komm schon. So, Randall. Ich werde dir zeigen. Und nochmal. Na komm schon, nochmal. Nimm die Machete. Jetzt auf die... Hat Sam jetzt die Dicke getötet? Und... Du bist immer noch nicht. Du bist immer noch alive, oder? Für jetzt. Komm schon. Komm schon. Okay, wir müssen hier weg. Schnell. Schnell. Einfach so rausspürzen. Was? Okay. Hey. Alarm! Wir haben Probleme! Ist das ein Attacks? Was ist passiert? Mike, wo sind die Kinder? Wir sind in der Hand. Wir haben fast schon mehr Angst als wir. Alter. Ja, wir sind bewaffnengefährlich, natürlich. Okay, schnell. Rein da. Ähm, einmal gucken. Ähm. Was? Okay, wir dürfen nicht allzu lange bleiben. Sonst sind wir vielleicht freikämpft. Kann man jetzt irgendwie was Falsches und was Richtiges anklicken, oder müssen wir jetzt erstmal alles... Aha, okay. Ein Rettungsgut. Nein, Mann, niemals. Das kannst du vergessen. Ich werde dich umbringen, 100%. Oh, doch. Ich will ihn nicht zurücklassen, nein. Alter, ist das dein Ernst? Scheiße. Pete aufhalten. Ganz genau. Er hat unser Leben gerettet, wir retten seins. Ach, guck mal. Hat jemand eine Pistole? Geht bereit. Geht bereit. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Boom. Hallo. Braschung. Ihr wollt uns beschießen? In your face. Alter, wie cool das inszeniert ist. Wie doof. Alter. Ja, wir springen doch von Bord, du Idiotin. Guck einfach nur doof. Na komm. Wer ist die Kampferfahrer? Tja. Als wir jetzt hier nichts genützt haben, hm? Komm schon. Oh. Äh, 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 äh. Nicht mit der Axt. Das macht man nicht. Ja, diese People sind keine Kämpfer. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Okay, und weiter. Jetzt. Wie kommen wir weiter? Ah, okay. Du. Nein, nein. Wow. Das. War cool. Woah. Genauft. Das war hartfried. Wow. Alter, ist ja wie Need for Speed. Nicht getroffen. Wieder mein imposanter. Was? Burning Bridges. Errungstof freigeschaltet. Ja, auch nicht schlecht. Genau so stelle ich mir einen vernünftigen Auftakt vor in einer Episode. Oder sind die Ladescreens doch schon ein bisschen, bäh. Aber das geht. So, wir konnten fliehen. Wir haben niemanden zurückgelassen. Außer ein paar Leichen. Aber waren ja nicht unsere. Und schon wieder. Ich lass das jetzt trotzdem mal laufen. So geil. Okay. Das war's auch nicht. Ich mach das. Okay. So, ich mach das. So, ich mach das. Aber ich glaube, jetzt habe ich das schon wieder Ärger bekommen. Give no shelter. Ach verdammt, ich glaube, das habt ihr in der ersten Folge nicht gehört. Und ich glaube, das werdet ihr jetzt auch nicht gehört haben. Ich glaube, YouTube hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ah, verdammt, ich habe es vergessen. Na egal. Ich wollte nicht es kriegen, genau dich zu verlieren. Ja, das würde ich mal gerne wissen. Wehe, du belügst uns wieder, liebe Samantha. Was nu? Was? Sie haben angefangen. Wir schauen. Bis zum nächsten Mal.